Reinspaziert! Reinspaziert! Treten Sie ein ins Zentrum des Blitzes, erleben Sie die geballte Energie von Mensch und Maschine, von Technik und Technikern, von... Oscar, wir sind hier doch nicht im Zirkus. Schade, gerade wollte ich dich als die Attraktion vorstellen. Sie dürfen ihn nicht so ernst nehmen. Darf ich Sie ein Stück weit führen? Los geht's! Bleiben Sie dicht hinter mir! So, da wären wir. Ach, Sie riechen aber gut. Schade, dass ich Sie jetzt verlassen muss. Genießen Sie die ganze Welt. Das ist ein bisschen so wichtig, was Sie brauchen, aber nur eine Ladefläche, ne? Der ist dann... Absolut. Aber... Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dich nicht so lange herumtreiben sollst? Ach, gerade jetzt... Oscar, bitte! Aber... Oscar! Bin schon weg. Ach, dieser Kerl, wenn man nicht dauernd hinter ihm hier ist. Ziss! Erskneet 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 Der Ja, hier gibt es viel Interessantes zu sehen, aber keine Angst, ich bringe mal ein bisschen Ordnung in die Sache. Tippen Sie einfach auf ein Thema auf meinen Bildschirm und schon haben Sie den Durchblick. Tippen Sie einfach auf meinen Bildschirm.